Gunship, okay. Um Gunship zu sterben ist keine Schande. Nee, das darf man. Das war übrigens auch das, was ich vorhin mit Drohne meinte. Irgendwie. Oh Mann, ey. Schmiede-Gunship. Nee, also, äh, Drohne war glaub ich was anderes. Ja, ja. Wahrscheinlich, ne? Oh, ein ungewandtes Flugzeug. Ja, genau, das meinte ich mit Drohnen. Äh, nein, das war eher eins, wo einer ausgestiegen ist und das jetzt so ein bisschen übers Meer segelt. Äh. Ja, das wird nix. So, dreh dich mal bitte, dass ich Richtung Land schießen kann. Das wäre toll, uns Gunship könnt mich mal holen. Von oben, warum? Oh Mann. Hö, naja. Oh Mann. Was? Warum? Boah, zwei Gesundheit, ey. Echt. Dieses gottverdammte Gunship. Das hat mich... Wenn du triffst, kannst du sogar mit dem Sniper-Rifal auf... ...distan... äh, ja, auf Nahkampf gehen. Weil bis auf zwölf Meter hat's in den Trefferzonen Brust, Beine, Kopf... ...und Bauch 100% Schaden. Warum? Das ist unglaublich. Die letzten sechs Kills... ...meine letzten sechs Tode gehen aufs Gunship. Was ist jetzt? Das ist, obwohl ich sogar eben im Heli drin war. Oh Mann. Gut, jetzt war's ne Heli. Hä, was hat das jetzt für'n Sinn? Was hat der für Waffe genommen? Der Panzerfaust, der schießt mich hier am Boden. Beziehungsweise aber mit einer, die, ähm, Draht gelenkt ist. Interessant. Ja, gell. Äh, gibt's hier keine... Ähm, Map-Voting? Scheinbar ja nicht. Ja... Feinde. Ffff, warum? Wie? Unfassbar. Ja, Feinde. Was war'n das jetzt schon wieder? Oh Mann. Ganz bei der Nähe. Oh, Fick. Ähm... Na gut, nach der Partie müsste ich kurz wieder mal auf den Desktop wechseln. Ja, also ich hab hier echt momentan so gar kein Glück. Ich glaub, ich hab vergessen irgendwie... ... von der Aufnahmeplatte die Aufnahmen von letztem Mal zu löschen. Hm. Also das heißt, es ist kein Platz mehr. Ach Gott. Ja, Mist. Hier funktioniert mal das, was ich machen will. Frag mal mich. Ich glaub, das ist die miserabelste Runde seit lange. Geil, mit der Pistole. Na gut. Jetzt war's dann auch wohl mit dem Pistolenlauf. Oh, gleiches Ende. Ist da gerade jemand mit einem Boot über den Strand gefahren? Äh, wundert mich irgendwie, dass wir doch noch verlieren. Da haben wir doch eigentlich schon so klar... ... irgendwann mal so ein 300 zu 60 Vorteil, oder? Der Meinung war ich eigentlich auch. Der ist jetzt wohl hinfällig. Naja... Naja... ... 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 Munitionsverheilung ach so ich dachte der Heilung für meine Munition die Munition die stoppst du dir in die Wunde rein und dann blutest du halt nimmer ah das erinnert mich an Monsterhand der die Heil-Munition nimmst den Armbruch schießt dich mal mit dem Kopf und schon geht's ihm besser Jaja gibt's dort das ist ein japanisches Spiel oder? ja, von Capcom konnte man sich denken schon allein aufgrund dieser Tatsache es ist aber ein cooles Spiel also kann man nur empfehlen das höre ich oft aber schon so verkloppte Ideen ey ey bleib doch mal hier, bleib doch mal stehen zugegeben diese Idee der Heil-Munition ist wirklich sehr merkwürdig Skrull, ne? jetzt steht er da jetzt können wir mal hier Moment, wo ist das hier? wir brauchen Abholung ich würde nur sagen da ist Zeug offen ok da ist auch was unten im WTF wo stand der rum? ach das ist doch nicht zu fassen so ich nehm den Aufzug und werde wahrscheinlich oben dann Blauswunder erleben instantly erschossen versuchen wir wenigstens zusammen zu sterben ohja, bitte links was zum, aaah Mist immerhin noch einen gekillt der mit dem Rücken zu mir gestanden hat war zwar ein bisschen unfair aber ja, nicht besser ich bin im falschen Moment eingestiegen ich war noch leicht verwirrt wo jetzt, äh hinten und vorne ist ja, wahrscheinlich das hat man gemerkt diese Verwirrung weil der erstmal muss oben und unten bin ich denn jetzt etwa auf dem Kopf gelandet in diesem Aufzug nein warum liegt der da? wer, der Bärbär? nein der, äh ich kann den Namen nicht aussprechen ja, also gibt's hier Feinde oder sowas? in der Art jetzt liegt es da von Toten auf die ich schießen kann mit meiner Schatzleuchtkamera ist entweder alles viel zu hell oder ich sehe nichts hm, oh, ein Buggy fährt hier durchs Geschäft und kommt jetzt hinten raus und wo ist der Feind hin? ok, naja weg, ne? weg einfach so warte auf mich bluh man, den treffe ich nicht ich habe es geschafft äh, achso jaja hä, ich sehe alle Menschen hier auf dem Minimap irgendwo also Feinde da landet gleich glaube ich was mit einem Fallschirm, könnte das sein vor uns oder? ah ne, da auf der anderen Seite ja das zu treffen ist ein bisschen schwer doch geht ja, schön ähm, ansonsten ja, da landet so ein paar Sachen landen landen gerne schaue ich den Eindruck hier hopp, komm raus also musst du mein Fahrzeug reparieren, fragt er ja äh, ja gehen wir mal rein kann auch nicht ins C mh, ja, irgendwie so, in der Aufzug kommen wir jetzt aber nicht, ne? doch, doch, bestimmt mh, dann sind wir wieder raus ach, stimmt, das war ja C mh mh ähm ne, das ist mit dem scheiß Hochhaus da möchte wohl jemand das Hochhaus fällen ja, bitte aber wir sind schneller mit der Angst ach, hey, wo sind denn die ganzen Gegenden heute hin? ah, da auf der Strasse super, jetzt treffe ich ihn wieder nicht ah, Mann scheiß Miene, geht doch mal kaputt hier wollen wir denn zu Bravo zurückfahren? bravo, bravo, bravo wollen wir das? ja wieso wollen wir das? fahren wir zu Envy Norbert ah das kenn ich, ich werd beschossen oder so ich frage es nicht nur von wo, ne? ja es wirkt irgendwie komisch, so so, ah, ne, da will jemand hier reparieren und dadurch töten ey, jo ach so, du hast es schon gegrillt ja bist du Pionier? ja naja, gut, hat sich erledigt ja ich hab gerade angefangen zu reparieren hm ach, ja je ja, B sieht doch annehmbar aus wenn man dann auch mal bei B landen würde und nicht 100 Meter weiter weg das ist wie ein freundlicher, ne? oh ja oh ja very friendly oh ja oh ja